Raccini, Hoffmann drückt den 2 zu 0. Und Cennoni mit der Glanzkarate gegen Ben. So gibt es die Kota und den Ausgleich für den EV-Zug durch Gregori Hofmann. Tor, Klingbeck. Raccini! Und auch das ist etwas für das Bilderbuch. Raccini! Und tatsächlich das 2 zu 2. Letzte Sekunde. Gregori Hofmann trifft wieder. Und Hofmann Tor! Ich weiss gar nicht, ob es überhaupt noch Platz hat auf der Strafbank. Lindberg, Lindberg, Lindberg! Oskar Lindberg! Wow! Was ist das für ein Comeback? Was ist das für eine Kiste? Oh mein Gott! Coinsicht! Das ist das für einилоящий Geist! Jesus, das dich, das Beste und das Beste hat. Ich wenn es auf jeden Fall wie es unlic z Shamil warst, Was ist das für ein Wirkliches Déplatz? Vielen Dank.